Dann gehen wir in das Harry Potter Trash Video rein. Das Video heißt YTP, ich glaube das steht für YouTube Poop, also quasi die englische Version von YouTube Kacke. Ich bin mir aber nicht sicher, aber es ist nicht wie eine YouTube Kacke geschrieben. Vielleicht steht auch YTP für was anderes. Ich weiß es nicht. Und das ist quasi Harry Potter und der Stein der Weisen, aber nicht einfach weird zusammengeschnitten, sondern richtig krass mit CGI und mit unfassbar guter Nachbearbeitung witzig gemacht. Also, ich habe noch nie zuvor ein Video in diesem Artstyle gesehen und ich glaube, es ist absolut großartig. Freunde, wir gehen einfach rein. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Mushroom Kingdom. Alter. Alter, es ist wirklich... Es ist so random, dieses Video. Es ist so random. An der Stelle bin ich raus. QDH. Digga, ich kenne nur 5 Sekunden hiervon. Es ist komplett blind, dieses Video. Ich verstehe nicht, wie sowas editiert ist. Ich verstehe es nicht. Wer würde Dumbledore eins in den Chat... I'm afraid so, Professor. Hagrid is my wife. Digga. Digga. Bro, es ist so... Es ist so... Einfach so... What the fuck? Hagrid hat auch eins in den Chat geschrieben. Der crasht doch jetzt irgendwo rein, oder? Ah! 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 Bro! Bro! Digga, das ist so krass! Meanwhile in an alternate universe. Stop! Stop! Ich würde dir aber empfehlen, den Part, wo Harry vor die Tür gelegt wird, zu skippen. Oh, passiert da was Kritisches, Bro? Pizza. Jetzt habe ich Angst Passt auf, ich skipp mal rüber Jetzt habe ich Angst, was da passiert Ich skipp mal ein bisschen vor Ich gucke mir das mal kurz hier auf Mute an Es sieht eigentlich Es sieht eigentlich recht Normal aus, aber ich weiß nicht Sagen die da? Oh! Oh! Okay, es sieht nicht normal aus Ja, also wie beschreibe ich euch das Jetzt am besten? Also, seine Narbe Ist ein Symbol Welches In Deutschland nicht so gern gesehen wird Junge, Tiny Goomba ist auch hier Am Start So, ich glaube jetzt können wir wieder rüber Danke für den Hinweis Ab Jetzt! Ah! Was ist das? Ah! 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 I can't! Ah! Ah! Why don't you just go have the breakfast Ah! To put me anything Yes, Aunt Petunia I want everything Ja, ich bin der Grund! 66 Du hast dieses Auge von ihm 66, aber in der letzten Jahre 177 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Nein, 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 nein Du hast diese Petra-Kazooie-Amenung Und ich liebe Magic Kazooie so sehr Oh, ist das schön Oh, ist das schön Oh, meine Kopfhörer Shit Das ist so mein Humor Das ist so mein Humor Holy shit Oh 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 Wait a minute You can You're from Burma, aren't you? Was it nice there? Burma was nice Sorry, we missed you Harry Potter Time Nein Schwierig Ach, das ist ein Paket Das ist quasi der DHL-Zettel Das ist der britische DHL-Zettel Wenn du nicht daheim warst Du hast keine Ahnung, was du in diesem Video zu erwarten hast Du hast keine Ahnung, was du in diesem Video zu erwarten hast We've been trying to contact you regarding your car's extended warranty for quite some time now This will be our final attempt to try and reach you Fine day, Sunday In my opinion, best day of the week Why is that... Bro, was ich mir immer denke, ne Jetzt mal kurz Harry Potter Real Talk Ich meine, es ist ja jetzt für die Filme schon witzig, witzig, ne So nach dem Motto Petunia und Vernon und Dudley sehen ja jetzt alle nicht so ansprechend aus Ne, aber was ich sagen will Es muss halt auch Schauspieler geben, ne Es muss halt diesen Vernon Schauspieler auch geben Der halt wirklich im Leben jetzt nicht so sehr von optischer Attraktivität gesegnet wurde Und die müssen halt auch... Ich meine, klar, die werden für die Rolle wahrscheinlich Werden ihnen schon auch die Haare verwuschelt und alles Aber ich find das schon krass Bruder, was ist da gerade vor dem Fenster vorbeigeflogen? Was macht der scheiß Green Goblin da? Gelächter Gelächter Ey Spider-Man 1 so ein Gott gleicher Film, ne Bruder PS1 Hagrid ist so ein Meme Holy shit PS1 Hagrid ist so eine Legende, Mann Hallo Harry, es ist mir Hagrid Und ich würde nur sagen, dass die Endeffekt Alter Everyone at the Head Enhancement Clinic Said nobody would notice Got something for you Bro, was steht jetzt auf dem Kuchen Auf dem Kuchen steht da jetzt was richtig disgusting beleidigendes drauf Alter Blimey Harry You're a woman, Harry I'm a what? You're a woman, Harry I'm a what? Oh ja, einfach der Super Mario Brief Ey, jetzt mal wirklich ohne Spaß, ne? Ich finde es so beeindruckend Also wer auch immer das gemacht hat Muss so viel Plan von Videobearbeitung haben Unfassbar, unfassbar Ha, there is a little devil Oh, and there's something else as well Oh man, ey Bro, die Meme, ich fand Hagrid dazu ist so gut What's in there What's in there Your dead parents Oh, alter I didn't think your mom and dad would leave you with nothing, no, did you? Best not to mention this to anyone, Harry Hello? Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Hello? I wondered when I No, no, definitely not Sorry What's curious? Seriously? It is curious that you should be destined for game six After all He who must not be named This is your mother Is your ticket? Wonka's golden ticket But Hagrid There must be a steak Was? Ey, wirklich Ich kann nicht mehr Wir müssen danach irgendwas angucken Was nicht lustig ist Ich hab Schmerzen im Bauch vor Lachen Was? Knappfort Für 99% von euch Who are unfamiliar with the deep and rich island of Sodor lore Campfort is the main station in Thomas and Friends ADR erklärt sogar nochmal Was ein Ehrenmann Einfach Peter Fox Yeah Yeah Bro 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 Bruder Alter Alter! Was ist das? Everything wrong with Harold Trotter in 4 seconds or less, hä? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer ein bisschen Angst. Was ist das? Wizards Cars? Das ist eine Hüpfburg! LOL! Das ist eine Hüpfburg! Das ist eine Hüpfburg! Before we beginn, Professor Dumbledore would like to say a few words. A few words! Digger! Digger! Oh...! Bro! Prooo! Harry Potter! Ahahaha! Ha 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 it's a... No way! No way! Difficult, very difficult. Plenty of courage I see, but where to put you? Better be... Hufflepuff! The god put the fire. Ey, boah, ich hab Schmerzen im Bauch. Das ist... Das ist eines der witzigsten YouTube-Videos, die ich je gesehen hab. Ey, wow! Wow! Holy shit! Holy shit! Das ist, ey... Also ich mein, das Ding hat halt in Anführungszeichen nur 250.000 Aufrufe. Also ich finde, das ist für ein Werk diesen Ausmaßes viel zu wenig. Also ohne Scheiß. Das ist eines der besten Videos, die ich je gesehen hab. Wie kann das nur so wenig Aufmerksamkeit haben? Ey, wirklich unglaublich. Ey, wirklich, das ist so stark gewesen. Das ist richtig, richtig stark gewesen. .